Das Gebiet ist einfach so nice gemacht. Ich soll zwei tote Grabräuber töten. Ich soll sie töten, dabei sind sie schon tot. Schwierig. Warte mal, der müsste eigentlich alleine kommen, da ist nichts in der Nähe. Komm, voll drauf. Das war eine, aber ich habe doch eben so viel getötet worden. Egal. Ich habe vergessen zu looten. Egal, einen noch. Den Wolf will ich nicht unbedingt machen, weil ich ehrlich bin. Das war's. Das war's. ich bin ich 26 da wird es auch ein bisschen einfacher war ja nicht ein wolf stand da nicht gerade ein wolf ja auch schon zu brain okay ausglichen kollege er wollte seine special attack machen und ich habe es dir einfach noch vorher getötet warum man dieses spiel macht süchtig wird dann zwar es hat null spaß gemacht vor einer halben stunde also bis dahin war jetzt dieses neue gebiet das sogar wirklich so gut gemacht ja wollte ich nicht die grabräuber auch oben sind so aber einiges drin ein apfel apropos apfel ich werde gleich das essen ich habe zu hunger warum ist jetzt hier kein grabräuber eben waren die ganze zeit irgendwelche hier es ist nur aufpassen dass die jetzt zu mehr und kommen das ist eine auch nicht als wolf die machen wir mal sonst greift uns an es ist nur aufpassen es ist ja Das war wohl gut geblockt, Kollege. Da guckst du aber. Okay, den mach ich nicht, den brauch ich nicht. Da kommt einer. Zurückmarschmarsch. Warten der Geist kommt dazu, 100% kommt der Geist dazu, 100% Ich versteck mich. Warum? Wieso kommt hier alles dazu? Ich versteh's nicht. Oh mein. Jetzt mal, wenn ich's sage, da kommt was dazu. Warum war ich's eigentlich? Es bringt halt nichts. Irgendwie, auf der das connected ist, ich hab keine Ahnung. Es ist so schwierig. Übertreib halt auch immer. Übertreibe einfach immer, ey. Instagram meldet sich. Oh, nicht schlecht. Der Wolf. Ich krieg dir das erstmal in das Maul. Ah, das fand ich gut. Das fand ich gut. Egal. Aber noch ein Grabräuber. Das kann ja nicht so schwierig sein, den allein zu bekommen. Da ist einer. So, der krieg's jetzt vorab. Das ist vorab. Das ist vorab. So. So. es ist einfach für eine question suche in süd ach da hinten okay moment immer gar nicht anstrengend die quest ich könnte es eigentlich wobei er kommt das ist direkt nebenan da brauchen auch keine ruhestein nehmen hier war ich jetzt so nein ich gehe meine wolf jetzt nicht einfach ein weg hier runter heute ich sag sie euch wie es ist bevor ich den stream ausmache sind die aufnahme ich kann es nicht sein lassen hier ist irgendwo ein 34er grizzly bear ich sag euch wir machen den wir machen denn neun stufen aber mit heiltrang und so sollte machbar sein also ich habe schon mal mobs getötet die waren acht stufen über mir aber neun ist schwierig da vorne ist er auch hat er auch die quest ich habe zweimal die quest er denkt sich auch der typ ist erfolgt mit seinen 25 stufen die quest abgeschlossen dreimal grizzly bear quest abgeschossen großartig war mein humor hat sich gelohnt der eine mob easy ich habe komplett alleine gemacht ihr habt es gesehen ich hatte keine hilfe das gebiet macht wirklich bock ich hatte so eine durchstrecke ich hatte echt kein bock mehr auf das spiel das gebiet macht wirklich